Du hast hier Fußpilz eingefangen und willst sie möglichst schnell wieder loswerden? Dann empfehle ich dir das Fußpilzgel von N1 Healthcare. Denn als zertifiziertes Medizinprodukt hat das N1 Fußpilzgel seine Funktionalität und Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen. Das N1 Fußpilzgel lindert die üblichen Fußpilzsymptome wie Reizung und Juckreiz innerhalb kurzer Zeit und bildet um und auf der obersten Hautschicht eine Umgebung, die außerdem die Vermehrung des Fußpilz stoppt. Zusätzlich schützt sich das N1 Fußpilzgel vor den für Fußpilz üblichen unangenehmen Gerüchen. Das Fußpilzgel selbst riecht angenehm nach Münze. Für eine effektive Anwendung trägst du das Gel am besten zweimal täglich dünn auf. Und da Fußpilz sich oft auch relativ schnell asymptomatisch verbreitet, ist es wichtig alle empfindlichen Stellen direkt zu behandeln. Das heißt unter den Zähnen, zwischen den Zähnen, unter der Fußsohle und an den Seiten. Am besten lässt du das Gel dann 1-2 Minuten lang antrocknen, damit es eine gute Schutzschicht bilden kann. Das Fußpilzgel haftet sehr gut an unserer Haut. Der Wirkstoff wird dadurch an den Stellen fixiert, wo er auch wirken soll und hält dadurch länger. Daher siehst du schon nach wenigen Tagen auch die ersten Erfolge. Setze die Behandlung aber auch bitte nach dem Verschwinden der Fußpilzsymptome noch eine weitere Woche fort. Denn ein vorzeitiger Abbruch der Behandlung erhöht die Gefahr, dass der Fußpilz wiederkommt. Und solltest du vor, während oder nach der Behandlung noch Fragen an uns haben, kannst du uns jederzeit erreichen. Gute Besserung!